Grüß Sie Deutschler und heute bin ich mal wieder für euch in Leech unterwegs und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Pet Battle Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement die wildesten Wildtiere und für dieses müssen wir insgesamt zwölf Meisterhaustier-Zimmer auf den verhärten Inseln mit ausschließlich Wildtierhaustieren besiegen. Und zwar habe ich mir hier heute den Ottok rausgesucht und der befindet sich hier in so einer kleinen Höhle im Hochberg und da ist der Eingang zu dem Ganzen. Also einfach hier rein, ein bisschen durchlaufen, dann seht ihr diese beiden Tribünen und dann sehen wir hier schon. Und ja, was für Haustiere nehmen wir? Wir nehmen einmal den Wadenbeißer Zanelari, dann die Teufelswelpen und dann nochmal die Knöchelreißer der Zanelari und von den Fähigkeiten habe ich hier das Zweite, das Zweite und das Zweite, dann hier das Erste, das Zweite und das Erste und hier ebenfalls wieder das Zweite, das Erste und das Zweite. Ja und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in den Kampf ein und zwar schmeißen wir als allererstes mal hier die schwarze Klaue einmal drauf, dann hauen wir den Blutbiss, danach machen wir das Jagdrudel. So, dann kommt das Zweite Pad von ihm rein. Wir hauen hier als erstes das schwarze Klaue wieder drauf, macht hier seine kleine Bubble, dann machen wir den Blutbiss. Wir passen einmal und lassen den jetzt mal umnatzen und zwar packen wir jetzt unser zweites Pad rein und zwar hier den Teufelswelpen. Dann machen wir hier einmal das Heulen und danach hier den Biss. Dann nochmal den Biss und nochmal den Biss. Dann ist er auch schon down. Dann kommt jetzt hier die letzte Schnecke rein. Wir casten als allererstes den Biss. Dann nochmal den Biss. So, jetzt taucht die Schnecke ab. Ähm, ja, jetzt können wir eigentlich einmal passen. Dann casten wir noch einmal den Biss drauf. So, dann sind wir down. Jetzt holen wir unser letztes Pad rein. Und zwar machen wir einfach das Jagdrudel an. Und das hat sich schon erledigt mit dem Gegner und wir haben das Ganze wieder mal abgeschlossen. Und ein Pad-Battle-Kampf für das Achievement mehr. Mir fehlt jetzt hier, glaube ich, noch einer. Dann habe ich das Achievement auch fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Beziehungsweise, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.